Regenbogen Regenbogen Oh, ganz komischen Streifen da drüber. Ich weiß nicht, wie gut man den jetzt erkennen kann gerade. Ja, für mich ist relativ klar. Aber ich bin ja heute 15-fach für einen Idioten erklärt worden. Von Leuten, denen nicht klar ist, was das ist. Also, ich hatte noch gar nicht nach hinten geguckt. Aber da sieht man ja dann doch wieder noch deutlicher, um was das sich da handelt. Ein Kondensstreifen halt.